Servus zusammen, herzlich willkommen zurück auf der Schönbaukarte Transport Fever. So, wie angekündigt, ich hatte ja gesagt, wir machen eine etwas ausgedehntere Mitfahrt, das werden wir tun und zwar mit der S-Bahn Linie S2. Die schauen wir uns auch gleich an und ich spoiler trotzdem schon mal ein bisschen was an der Stelle, das ist Renningen, also die zentrale Stadt und es wurde ja vor langer, langer Zeit mal angeregt, ich sollte versuchen hier mal echt so eine richtige, bisschen moderneres Skyline zu erschaffen und ich finde, ich würde sagen, ich kann vermelden, wir sind auf einem guten Weg. Also hier ist schon noch einiges zu tun in der Stadt, aber gerade so dieses Gebiet hier, dieses Downtown-artige ist wirklich auf einem guten Weg. Das wird relativ in naher Zukunft auf jeden Fall mal alles präsentiert, da werden wir hier einfach mal in der Stadt selbst ein bisschen mit dem Bussystem durch die Gegend gurken, uns ein bisschen die Hotspots anschauen, ein bisschen durch die Gegend planieren, mal einen Kaffee trinken gehen und solche Geschichten. Das wird auf jeden Fall in naher Zukunft passieren, aber nicht in dieser Folge, sondern wir gehen einfach mal diese Linie durch, damit ihr eine Orientierung habt. Beginnend hier, also wir steigen dann gleich in die S-Bahn ein, die müsste, genau, die hier, die befindet sich ja kurz hier vor dem Hauptbahnhof und dann fahren wir weiter nach Richtung Zittau und diese ganze Strecke, die ist halt also klar, hier und da fehlen noch ein paar Details, ist alles noch nicht perfekt, aber die ist einfach so weit fortgeschritten, dass ich glaube, dass das eine richtig gute Mitfahrt wird. Also da wird es schöne Perspektiven geben, eben hier durch das fiktive Zittau, das auch noch mal gesondert präsentiert werden wird, aber das ist auch schon recht weit fortgeschritten so, also gerade der Bahnhofsbereich und so weiter. Gut, das hier steht ja schon eine ganze Weile, ist jetzt nichts Neues, kann man aber auch mal wieder entlangfahren, die Strecke. Dann hier an dem Naturschutzgebiet vorbei. Was war das hier noch? Wesseling, ja genau, das hat die Karte, also der Name rührt einfach daher, dass das Spiel bei der Kartenerstellung einfach diese, hier war irgendwo so eine Ortschaft, die hieß Wesseling, so deswegen ist das einfach so geblieben. Und dann geht es eben einmal außenrum wieder hier in die Stadt hinein. So, das schauen wir uns jetzt mal hier aus der Führerstandsperspektive an. Und ab geht die Reise. So, hier weiß ich gar nicht, ob ich schon mit diesem unsichtbaren Bahnübergang-Mod gearbeitet habe. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Also alles habe ich einfach noch nicht ausgebessert, aber das ist ja auch wirklich, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, wirklich eine Frage von Minuten, dann ist das alles gefixt. Deswegen, das kommt alles noch. So, diese wunderbar brauchbare, schöne Elevated Station. Gefällt mir wirklich sehr gut. So als Hauptbahnhof, naja, kann man schon mal machen. Ist jetzt nicht so ganz ideal. Allerdings für so einen erhöhten Hauptbahnhof natürlich ist das schon ziemlich perfekt und jetzt auch schon einigermaßen ausdekoriert. Ihr seht ja schon Werbetafeln, Ticketschalter, natürlich einige Personen-Assets. Und man kann natürlich hier nicht alles aufstellen, weil nicht alle Assets in der Höhe verstellbar sind. So, das ist natürlich essentiell. Sonst funktioniert das halt einfach nicht. Aber so, was man hier so sieht, das sind halt die Assets, die eben höhenverstellbar sind quasi. Und so passt das schon im Großen und Ganzen. Auch sehr brauchbar finde ich diese Elevated Station. Vor allem für eine Hochbahn halt. Also so wie ich das auch in einer Stadt schon angefangen habe zu basteln, kommen wir glaube ich jetzt in der Folge nicht dran vorbei. Aber habt ihr auch schon mal gesehen, wo die Münchner U-Bahn halt auf einer erhöhten Trasse durch die Gegend fährt. Und da sind natürlich diese Elevated Stations auch einfach perfekt. Besser geht's kaum. So. Ja, das sind schon coole Perspektiven jetzt, wo hier überall so ein bisschen Kulisse entstanden ist mit den ganzen Wohnblocks hier links und rechts. Die Bahnanlagen hier schon einigermaßen ausdekoriert. Kabelkanäle, alles was mir irgendwie vor die Flinte kam, wurde hier verbaut. Werbetafeln natürlich. Naja, hier kann man auch schon so ein paar Bilder aus der Stadt erhaschen. Kleiner Parkbereich, gerade da unten rechts ein Bild zu sehen gewesen, wo der Bus auch durchfährt. So, Signalbrücken, das sind die Ausfahrtsignale hier von Renningen. Ja, so in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Ja, ja, doch, doch. Ja, ist einfach schön, wenn es dann so langsam, aber sicher, wenn man alles in so ein Gesicht bekommt und auch wirklich der Detailgrad dann schon zufriedenstellend ist. Hier auch wieder mit Profiti gearbeitet natürlich. Im Stadtgebiet. Das passt schon. Das ist ein schöner Moment, wenn es dann mal so weit ist, dass man wirklich so nach und nach die ganzen Mitfahrten hier präsentieren kann. Das dürfte wahrscheinlich der Jahreswechsel gewesen sein. Weil das, was so lange hängen bleibt, ist schon relativ ungewöhnlich. Ich habe natürlich immer mal wieder so kurze Hänger drin, aber naja, egal. Hier muss ich nochmal mit dem Tool dran die Masten nochmal vernünftig positionieren. Hier hatte ich auch kurzzeitig die Überlegung, einen Überwurf hier noch reinzubasteln, aber dafür, also da müsste ich jetzt so viel umbauen und das ist auch fast zu eng. Das wäre dann so ein ganz kurzer Überwurf nur mit einer recht steilen Rampe und das gefällt mir sowieso nicht. Deswegen habe ich es jetzt einfach so gelassen hier. Dann gibt es halt einfach ab und zu hier ein bisschen Verkehrsstau. Da ist es auch nicht weiter schlimm. So, da ist schon idyllisch übers Flüsschen. Jetzt wird es aber erstmal noch ein bisschen ländlicher, die Landwirtschaft zu sehen. Und ich sage es euch, es ist wirklich gut, wieder Videos zu machen. Also das hat mir echt gefehlt jetzt. Zeit, es wird wirklich Zeit jetzt, den Kanal mal wieder hier ein bisschen hochzufahren. Dann wieder ein bisschen mit Leben zu füllen. Und endlich wieder Modelleisenbahn. Tunnel gefallen mir bis heute nicht, muss ich gestehen. Die sind einfach zu monoton. Da würde ich mir echt noch ein bisschen mehr wünschen. Verschiedene Texturen, andere Texturen, aber es passt schon. Meine Güte, sie haben einen auf hohem Niveau. Und wenn ich die Tunnel so lang baue, dann bin ich ja auch sehr, sehr schuld. Das ging halt hier einfach nicht anders, weil hier ist schon ein relativ hoher Berg oben drüber eben. Deswegen. Ist auch nicht weiter tragisch, glaube ich. So, Zittau, Zittau. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Ach nee, ja genau. Das hatte ich noch gar nicht gezeigt. Also das ist jetzt auch eine kleine Premiere wieder auf der Karte. Zittau Bahnhof. Ist komplett fiktiv. Also ist nicht an den realen Zittau angelegt. Das hatte sich einfach irgendjemand gewünscht in den Kommentaren. Und da diese Ortschaft, die hatte einfach noch keinen Namen, dann habe ich es halt Zittau getauft. Ist ja auch egal. So, und jetzt sieht man hier auch schön den Unterschied einfach mit den Schallschutzwänden. Mit den, in Anführungszeichen, neuen, eben mit denen, die diese Fenster eingebaut haben. Das macht echt einen fetten Unterschied einfach dadurch, dass man dann eben auch einfach sieht. Also einfach ein bisschen was von der Stadt oder von der Ortschaft außenrum sieht. Und nicht hier nur so monoton wie mit Scheuklappen hindurch fährt. So, das gefällt mir schon deutlich besser. Passt. Da war jetzt auch gerade der neue Golf im Blick zu sehen. Da stand gerade ein Bahnübergang. Der Golf 6, glaube ich, kam da. Wie war das? Von, ich weiß gar nicht mehr, hat der Onion Jack gebaut oder Nando? Ich glaube, Onion Jack hat ihn gebaut und Nando hat ihn dann in sein Autopaket mit übernommen. Glaube ich. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie Blödsinn erzähle. Aber er ist relativ neu. Also kam erst vor ein paar Wochen raus. War auch wieder echt eine schöne Bereicherung. Können gerne auch noch, also wenn es nach mir geht, können da gerne noch ein paar mehr Varianten an Autos erscheinen. Also da kann ich nicht genug von haben. Es gibt, glaube ich, auch zumindest meines Wissens noch keinen einzigen Kombi zum Beispiel, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe. Keine SUVs. Also wäre schon ganz cool, da noch ein bisschen mehr Variationen zu haben. So, ich glaube, dass das hier auch dieser moderne Hauptbahnhof ist. Nur eben eine etwas kleinere Variante davon. Vielgleisig in dem Fall. Ah, sehr schön. Hier rechts im Bild. Da sieht man auch schön, da habe ich auch wieder mit Besuchermagneten gearbeitet. Deswegen laufen hier auch über Leute entlang. Diesen kleinen Fußgängerweg entlang dem Bahndamm. Super. Also für die Inszenierung perfekt. Hier auch schön zu sehen. Über Leute unterwegs. Polizei war Autowarte, da Bahnübergang. Wunderbar, wunderbar. Hier rechts im Bild ein kleiner Güterbahnhof. Nur so ein kleines Ding. Das war auch auf meiner kleinen Norddeutschlandreise. Jetzt kürzlich habe ich das halt oft gesehen. Also ich bin, ah, wie hieß denn das? Eine kleine Privatbahn, meine ich, war das? Die Nordwestbahn, kann das sein? NWB, meine ich, war das? Die Strecke bin ich gefahren. Zwischen, ich glaube, Osnabrück und Bremen müsste das gewesen sein. Und da habe ich das wirklich an jedem, gefühlt, jedem zweiten kleinen Bahnhof gesehen, dass da so ein kleiner Güterbahnhof mit angeschlossen war. Das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich das hier jetzt mal ein bisschen mit aufgenommen. Ich kenne das halt hier aus der Ecke nicht so wirklich. Ich bin natürlich auch eher, wenn dann, im S-Bahn-Netz unterwegs. Oder fahre mal irgendwie in die Berge mit dem Zug. Aber eher selten. Also meistens sind wir halt im Auto unterwegs. Deswegen sehe ich da gar nicht so viel davon. Und gerade das ganze S-Bahn-Netz ist ja erst so in den 70er Jahren entstanden. Und deswegen, da sieht man halt ganz, ganz selten da irgendwelche kleinen Güteranschlüsse. Aber dort in Wartelstrand habe ich das wirklich auf dieser alten Strecke. Jeder zweite Bahnhof hatte gefühlt jedenfalls einen Güter, einen kleinen Güterbahnhof mit dabei. Hat mir gut gefallen. Habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen davon. Und das dann eben hier auch entsprechend mit umgesetzt. So, Kaditz-Hauptbahnhof. Da waren wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Da ist auch, glaube ich, nicht mehr viel dazugekommen. Bisschen Deko. Zur Orientierung, das ist dort, wo auch das Heizkraftwerk entstanden ist. Da sind wir jetzt. Da sieht man es ja eh schon hinten am Horizont. Die ganzen Schornsteine, die da emporragen. Das ist das Heizkraftwerk. Ein Stückchen weiter links von der Strecke, auf der wir jetzt fahren, ist dann auch die Güterstrecke. Wo wir neulich auch mal ein bisschen entlang gegurkt sind. Aber wir werden hier zu gegebener Zeit auch nochmal vorbeischauen, weil ein bisschen was im Stadtgebiet zum Thema Stadtentwicklung ist hier auch schon noch geschehen in der Zwischenzeit. Muss ich natürlich auch nochmal irgendwann aufgreifen, wenn das dann alles fertig ist. Also langsam finde ich wieder hinein in die ganze Geschichte. Schöne Sachen. Hier, das sind coole Perspektiven, finde ich. Hier ist überall ein bisschen was los. So, in den ganzen Gleisbereichen, überall ein bisschen Arbeiter aufgestellt, kleine Szenerien entstehen lassen, all sowas. Nette Geschichte geworden. So, da wären wir. Da habe ich auch den Detailgrad nochmal so ein bisschen hochgeschraubt. Aber eigentlich nur ein paar Personen erst jetzt noch hingeklebt, weil ich die gerade in der Hand hatte quasi. Aber sonst ist hier eigentlich alles beim Alten geblieben. Was ja nicht das Schlechteste ist. So, der müsste dann auch relativ zeitnah schon rechts abbiegen, jetzt die S-Bahn-Linie, mit der wir gerade mitfahren. Und dann geht es auch schon Richtung Naturschutzgebiet. Aber auch hier, wo das jetzt alles endlich mal ein bisschen weiter ausdekoviert ist. Also die gesamte Strecke gefällt mir bislang ausgesprochen gut. Performance ist okay. Ja, das passt schon. So kann es weitergehen. So kann es echt weitergehen. So, raus aus der Stadt. Ah, hier und da natürlich noch ein paar freie Flächen, die noch bebaut werden wollen. Aber da hat ja allererst keine Eile. Ist ja kein Wetter drin. Das brennende Gebäude war gerade rechts kurz im Bild zu sehen. Und ich sehe schon, ich habe es mir jetzt ein bisschen länger vorgestellt, die ganze Schose. Also wenn wir jetzt hier unter 20 Minuten bleiben für die ganze Mitfahrt, dann steigen wir aber vielleicht einfach nochmal um und drin irgendwo anders nochmal eine kleine Runde. Also das hatte ich mir generell jetzt vorgenommen, einfach die Freitagsfolge immer für irgendwie eine ausgedehnte Mitfahrt oder vielleicht auch mal so eine Art Ausflug zu nutzen. Man kann ja auch einfach mit verschiedenen Verkehrsmitteln durch die Gegend fahren. Dass man irgendwo vielleicht in der Peripherie mal mit einem Bus startet oder in irgendeiner Stadt einfach mit der Trambahn losfährt zum Hauptbahnhof. Dann sucht man sich irgendeinen netten Zug aus, irgendeine nette Strecke, fährt dann einmal im Kreis und so weiter und so fort. Vielleicht so eine Badesee, all sowas kann man ja mittlerweile wirklich umsetzen. Ich könnte mir gerne natürlich auch ein bisschen Feedback da lassen, also was ihr davon haltet. Ich glaube, das ist eine ganz coole Maßnahme. In der Zukunft immer schön Freitagsfolge, kurz vor dem Wochenende, das Ganze ein bisschen genießen und auskosten. Und die beiden inneren Folgen halt einfach gebastelt, bastelt vortritt. So, jetzt bremsen wir auch schon langsam wieder. Ach, sieh an, das ist hier. Vor uns fährt gerade noch die olle Bimmelbahn von der Nebenstrecke, die ich vor einigen Folgen mal irgendwann präsentiert habe. Hier mit der... irgendeine Rangier-Lock hängt da vorne dran. V90 oder V100, glaube ich, ist das, ne? Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen warten. Links im Bild. Schau genau, der Kran ist animiert. Das war auch noch eine Mod, die ich mir irgendwann dazugenommen habe. Hier von Joe Freit. Baumeister-Mod, glaube ich, hieß die oder so ähnlich. Und da sind eben die ganzen animierten Kräne mit drin. Bislang hatte ich nur diese statischen Kräne. Schaut auch nett aus, wenn sie in der Gegend rumstehen. Aber wenn die immer so ein bisschen rumschwenken und man da auch verschiedene Höhen verwendet. Also ich finde, das sieht richtig cool aus. Und gerade wenn da... gerade diese ganzen animierten Sachen, genauso wie diese Containerbrücken und der ganze Kram, alles was animiert ist. Also das wirkt halt dann einfach immer noch ein bisschen lebendiger, wenn da einfach Bewegung drin ist. Und dass nicht einfach nur in der Gegend rumsteht, das Zeug. Ich finde das richtig, richtig cool. So, da kommt die Nebenbahn. Fährt Richtung... wo fährt die eigentlich nochmal hin? Ach ja, zu dieser Trabrennbahn, die ich immer gebastelt habe. Ja, ist auch schon wieder eine Weile hier. Hier mit den beiden Silberlingen. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, hier auch zufriedenstellender Detailgrad. Hier laufen auch überall Leute rum, dank den Besuchermagneten und diesen Fußgängerwegen. Echt super Stilmittel. Da bin ich echt nach wie vor mega happy drüber, dass das mittlerweile möglich ist. Na ja, das passt schon. Hier könnte ich... Ah, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas rangiert auf diesem Gleis rechts. Sonst wäre ich da auch nochmal irgendwas hinparken, denke ich. Und das ist schon auch eine coole Station hier mit dieser Fußgängerbrücke. Diese niederländische Station hat auch die perfekte Bahnsteighöhe für S-Bahnen eben. Also, ich weiß nicht, wie ein Meter glaube ich ist das. Aber das ist halt dann bündig tatsächlich. Die Fahrzeug, die Bahnsteigkante und die Tür von der S-Bahn können wir uns gerade mal kurz anschauen. Steigen wir mal ganz kurz aus hier an der Stelle. Oh, der ist auch schon alt. Den müsste ich auch mal setzen hier. Aber das ist doch ziemlich perfekt. Also die Höhe, das ist schon echt eine coole Sache. Ja, kann sich sehen lassen, oder? Also das passt schon so. Das ist wirklich einfach zufriedenstellend, was den Detailgrad betrifft. So, hier die Ausläufer von der Ortschaft. Alles sehr, sehr ländlich gestaltet, eben mit kleineren Häusern. Und dann dürften wir jetzt auch gleich die Skyline zu sehen bekommen, der zentralen Stadt Renningen. Oh ja, doch, doch. Das passt schon. Und ich werde auch demnächst mal wieder so eine Übersicht machen. Vielleicht gönnen wir uns auch einfach mal wieder einen Rundflug und nehmen dann wirklich die ganze Karte mal wieder ein bisschen in den Augenschein. Und da wird man auch feststellen, so wahnsinnig viel Platz habe ich gar nicht mehr. Also jetzt so langsam, aber sicher, kriege ich so wirklich große Areale gar nicht mehr unter. Also ich muss halt jetzt noch Lücken füllen. Ich werde noch... Es gibt hier und da, also es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Das wird noch eine ganze Weile weiterlaufen, dieses Projekt. Aber was die Bebauung betrifft, also da ist gar nicht mehr so viel Platz inzwischen auf der Karte. Also da komme ich langsam an die Grenze tatsächlich. Und ich bin auch am Überlegen jetzt schon wieder fürs nächste Projekt, ob ich nicht doch nochmal eine größere Karte nehme und dann halt einfach weitläufiger bau. Weil das ist auch ein Ding, das hatte JMK, meine ich hatte das mal ganz am Anfang angemerkt, dass ich doch darauf achten sollte, dass es nicht alles zugedrungen wird. Dass es nicht zu sehr zugekleistert, zugepflastert, zu betoniert alles wird. Sondern halt einfach zwischen den Städten auch einfach noch schön viel Platz ist für lange Strecken, für ländliche Bereiche. Und ich muss gestehen, das ist mir nicht wirklich gelungen. Also es ist einfach so passiert. Das ist schon... Da muss ich, glaube ich, ein bisschen umdenken. Dann für die nächste Karte vielleicht tatsächlich nochmal eine mittlere Kartengröße, so wie die letzte halt, so wie das München-Projekt. Und dann wirklich aber schauen, dass ich da diszipliniert vorgehe. Und dann wirklich eine große Metropole hätte ich gern, irgendwo in der Ecke. Vielleicht tatsächlich auch mit dem Kopfbahnhof. Und dann noch maximal zwei bisschen größere Städte dazu. Zwischendrin ein paar Ortschaften, aber dann wirklich lange Strecken zwischen den einzelnen Siedlungen und Städten. Man kann das ja mit Feldern zum Beispiel, kann man das wunderbar mit relativ einfachen Mitteln alles nett aussehen lassen. Und dass es halt dann wirklich mal richtig minutenlang halt irgendwie durch die Pampa geht, bis man dann wieder in der nächsten Stadt ist. Weil das ist schon... Es gibt auch Strecken, die wir noch befahren werden in einer der nächsten Folgen. Wo man halt gefühlt wirklich gerade erst aus der einen Stadt raus ist, dann an den Bahnanlagen, Betriebswerken vorbei. Und dann beginnen aber schon wieder die Betriebswerke und Bahnanlagen der nächsten Stadt so. Also das ist vielleicht echt ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Da ist... Weniger ist da sicherlich manchmal auch mehr. So, Viertelstunde. Ne, 20 Minuten. Ja, doch gar nicht so schlecht. Okay. Ja, eine kleine Runde drehen wir noch, oder? Also wenn ich jetzt schon gesagt habe, dass der Freitag quasi immer so ein bisschen der Mitfahrtag wird, dann gönnen wir uns da aber noch ein bisschen mehr an der Stelle. Was bietet sich denn gerade noch an? Die blaue Linie. Jetzt muss ich überlegen. Ja, wieso nicht? Steigen wir einfach spontan ein, oder? Passt schon. Drehen wir mit dem einfach noch eine kleine Runde. Der fährt ja sowieso gerade aus. Das passt schon. Ja, das passt. Jetzt fahren wir eh in umgekehrter Richtung. Da sind wir gerade hergekommen hier von links quasi über diese Brücke. Sind wir gerade mit der S-Bahn eingefahren. Jetzt fahren wir einfach in entgegengesetzter Richtung hier nochmal raus. Und bis Franzburg fahren wir auf jeden Fall nochmal mit. Das sollte auch nochmal ein paar nette Perspektiven geben. So was finde ich auch mal ganz cool, wie sich hier so die Strecken aufsplitten. Links vier Gleise weg, rechts vier Gleise weg, Stellwerk in der Mitte drin, Stadtkulisse aus drum und das Ganze schon einigermaßen ausgarniert mit Deko-Assets. Hier fällt mir ausgesprochen gut. Brückenvariationen mit reingezogen. Habe ich auch immer ganz gern, wenn da quasi hier, wie in dem Fall, links eine etwas modernere Betonbrücke, hier rechts die ein bisschen ältere mit dieser Stahlbauweise. Das gibt einfach Abwechslung, finde ich, in die Perspektiven. Tja, was soll ich sagen? Ist weit fortgeschritten. Wann habe ich dann angefangen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, welche Folge das jetzt gerade ist, ehrlich gesagt, auswendig. Keine Ahnung. 40 vielleicht? Ich muss echt gerade überlegen, wie lange läuft denn das Projekt jetzt schon? Zwei Monate sicherlich. Eher ein bisschen mehr. Ich würde sagen drei Monate. Okay, ich hatte jetzt auch über einen Monat Pause, aber drei Monate? Sagen wir mal zweieinhalb war bestimmt reine Bauzeit jetzt, was hier drin steckt. Zweieinhalb Monate. Und dafür ist es echt schon gut vorangeschritten. Das muss man sagen. Ach hier, diese kleinen Depots, die klebe ich immer nur irgendwo auf freier Strecke rein, wenn ich die Linien bestücke und manchmal vergesse ich sie halt einfach wieder rauszureißen und sehe es dann erst entsprechend bei irgendeiner Mitfahrt. Was mir hier auch gut gefällt, so die Bahndämme sind alle so minimal auf unterschiedlicher Höhe. Finde ich auch cool. Also mir gefällt das nicht, wenn das alles wie auf dem Reißbrett, alles auf derselben Höhe ist, sondern diese Variationen ist realistisch, wie ich finde, und das sieht einfach besser aus. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt selber nicht so ganz, wo wir gerade sind. Aber das links müsste eigentlich der Güterbahnhof hier sein in Franzburg. Rechts irgendein Betriebswerk im Bild. Weiß ich auch gerade nicht, welches das ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, wenn ich ehrlich bin. Ah, macht ja auch nichts. Ja, kann man sich schon anschauen, oder? Also, ich habe schon schlechter gebastelt. Das rechts im Bild, das ist jetzt, genau, das ist der, den haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesehen, das ist der Güterzug, der durch den Bahnhof durchrauscht. Ah, der hat wohl gerade irgendwo ein Rothalden in den Gehirn. Und diese Durchfahrtszüge, da habe ich auch darauf geachtet, dass die richtig lang sind. Also, die müssten irgendwas um die 700, 800 Meter lang sein. Kommt natürlich auch gut. Ja, hier wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger, finde ich, mit der Performance. Aber hier ist auch einfach, also hier ist viel Verkehr, hier leben auch viele Sims, hier ist recht viel los. Viele Züge natürlich, hohe Detaildichte mit den ganzen Mods, die ich hier verbaut habe. Ja, meine Güte, irgendwann zwingt man das Ding halt dann einfach zwangsläufig in die Knie. Und ich habe immer noch große Hoffnungen auf diesen angekündigten Performance-Patch. So, also da habe ich wirklich sehr, sehr große Hoffnungen drauf. Aber wenn man sich betrachtet, was Urban Games bislang geliefert hat, so, also da kann man da schon guter Dinge sein. Die würden das, glaube ich, nicht ankündigen, wenn sie nicht wirklich was im Köcher hätten und nicht wirklich, also tatsächlich Stellschrauben hätten, von denen sie wissen, dass das was bringt, wenn sie an den Stellschrauben drehen. Und deswegen glaube ich schon, dass wir uns da noch auf ein paar FPS mehr freuen dürfen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Naja, da fahren wir jetzt noch ganz mit, oder? Also ich meine, was soll der Geiz? Passt schon. Ist ja Freitag, wir haben Zeit. Wochenende hoch die Hände und so weiter. Das passt schon. Jetzt hier mittendrin abzubrechen, wäre auch doof. Ja, hier sieht man jetzt auch schön den Detailgrad dieses Bahnhofes. Also wie gesagt, hier musste ich praktisch nichts machen. Das bringt der Bahnhof einfach so mit sich. Hier dieser Service-Door links im Bild. Imbissboden. Also echt ganz, ganz großes Kino. Mit Liebe zum Detail. Selbst diese kleinen Raucherbereiche mit Schildern und diesem gelben, mit der gelben Linie außenrum. Echt richtig, richtig cool. Die macht nur so eine kleine Überstellungsfahrt. Finde ich auch immer cool, das so einzubauen. So eine kleine Rangierlinie, dass an den Bahnhöfen auch immer mal wieder so eine einzelne Lok einfach durchbraust. Ich finde, das ist ein cooles Stilmittel. Mache ich immer ganz gerne. Echt zufrieden mit meiner Anlage. Richtig zufrieden mittlerweile. Hier ist auch links im Bild so ein kleiner Güterbahnhof. Also nur so ein kleines Verlade-Dingens. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gezeigt habe irgendwann. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich muss selber mal schauen, was schon so dran kam in den letzten zehn Folgen und was nicht. Aber ich meine, dass ich den auch noch nicht gezeigt habe, oder? Kann das sein? Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich den wirklich noch nicht gezeigt habe. Dann tut es mir leid. Dann kommt das natürlich noch. Hier, das ist sehr zufriedenstellend. Das passt halt immer super mit diesen kleinen Fußgängerwegen. Hier hat man auch gerade rechts im Bild schön gesehen. Kleiner Bahnübergang für das Personal. Hier rechts im Bild nochmal dasselbe Spiel. Hier habe ich auch schon die ganzen Oberleitungsposten entsprechend verschoben. Hier noch nicht. Da fehlt noch einer tatsächlich. Hier rechts, das wird ja tatsächlich auch noch so ein altes Depot. Das soll schon irgendwie so das Gelände von einem Eisenbahnverein irgendwie museumsbahnmäßig werden. Sowas in der Richtung. Also das wird auch nochmal ein Thema werden auf jeden Fall. Und mal wieder am Umschlagbahnhof vorbei. So, und jetzt dürfte er doch theoretisch auch hier endlich mal richtig Gas geben. Das ist halt auch so ein Ding, Gas geben. Schnellfahrstrecken. Das ist halt auch, dafür bräuchte ich einfach eine größere Karte. Das wird auf jeden Fall ein Thema werden, auch beim nächsten Projekt. Schöne, lange Schnellfahrstrecken, dass die Züge auch wirklich mal auf ihren Topspeed kommen. Gerade bei den ICEs. Und den halt auch wirklich mal eine Zeit lang halten. Und nicht gleich nach einem halben Kilometer wieder runterbremsen müssen, weil schon der nächste Bahnhof kommt. Das ist wirklich ein Manko. Also wenn ich irgendwas großartig kritisieren wollen würde an der Karte, dann ist es genau das. Ist halt der Größe geschildet und bei meinem Bastel, meiner Bastelwut halt einfach letztendlich. Da hätte ich mich echt ein bisschen zügeln sollen mal zwischendrin. Schön anzusehen, ja. Aber ich hätte gerne tatsächlich, ich hätte gerne einfach längere Strecken zwischen den Städten. Das ist einfach so. Ilmenau-West ist dann der nächste Halt. Was ja ursprünglich mal eigentlich der Hauptbahnhof von Ilmenau werden sollte. Aber dann hat sich das ja ein bisschen anders entwickelt so. Da ist ja tatsächlich dann der Bahnhof Dresden-Neustadt eben dann der Hauptbahnhof geworden. Passt auch so, wie es ist. Manchmal ergibt es sich halt dann doch ein bisschen anders. Ja, ärgerlich mit diesem ganzen Rothalten jetzt. Da scheint relativ knapp vor uns einfach noch einen Zug zu fahren auf dem Gleis. Hier ist aber auch irgendwie eine Macke im Gleis, oder? Sehe ich das gerade richtig? Ach, echt diese Fehlermeldung. Das kann man doch auch irgendwie ausschalten, oder? In den Optionen muss ich mir mal anschauen. Das geht mir echt eigentlich nur auf den Senkel. Aber irgendwie war jetzt hier so eine Art kleine Rampe drin. Hatte ich den Eindruck. Irgendwo muss ich mich da ein bisschen verbastelt haben. Weiß es nicht genau, ich weiß es nicht. Egal, fahren wir weiter. Diese Überwerfungsbauwerke sind auch, also die Mod war auch eine riesen Bereicherung. Weil das kriegt man so halt einfach niemals mit Bordmitteln hingefummelt. Ohne diese Mods wären diese tollen Überwerfungsbauwerke einfach nicht möglich. Schlicht und ergreifend. Das ist wirklich richtig, richtig cool. So, rechts mal wieder eins der zahlreichen Betriebswerke im Bild. Ach, das ist sogar das ICE-Betriebswerk. Tatsächlich, ja, ja, genau. Die Ausläufer davon. Da sind wir jetzt quasi auf der anderen Seite mal dran vorbeigefahren. Hier rechts im Bild auch nochmal so ein kleiner Abstellbereich. Oh, nichts Besonderes. Fügt sich aber trotzdem ganz cool ein. Und noch ein Betriebswerk. Kann man nicht genug von haben. Das passt schon. Joa. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich dazu noch großartig sagen soll. Ich meine, das hatte ich alles schon mal so ein bisschen gezeigt. Auf jeden Fall den Bereich. Und ich bin also, bin selber einfach nur total zufrieden mit dem, was ich hier gerade sehe. Hat sich nett entwickelt. Diese Lokomotiven, also die jetzt hier schon, die steht einfach nur. Aber alle anderen, also fast alle Lokomotiven sind tatsächlich in Bewegung. Die warten halt immer ein paar Minuten auf irgendeine Spitzkehre. Rangieren dann wieder irgendwo hin auf irgendeinem Betriebswerkgelände. Zu irgendeinem Abstellbereich. Sodass halt einfach immer ein bisschen Bewegung drin ist. Also nicht nur alles geparkt, sondern tatsächlich mit Rangierlinien versehen. Damit das Ganze halt ein bisschen realistischer wirkt. Schön. Dann müsste das jetzt auch der vorletzte Halt gewesen sein. Und dann fahren wir jetzt einfach noch zurück nach Renningen, wo wir begonnen haben am Anfang der Folge. Und dann ist das, glaube ich, eine runde Geschichte. Hier auch schon alles ausgebessert. Und die Oberleitungspfosten. Schön detailreich alles, ne? Signalbrücken, Kabelkanäle, Schaltkästen. Überall so ein bisschen Bahnpersonal aufgestellt. Immer mal wieder so ein Fernsprechhäuschen reingezogen. Ich meine, das wiederholt sich natürlich alles, ne? Klar, also meine Mittel sind natürlich auch begrenzt. Ich habe auch nur das zur Verfügung, was eben an Mods draußen ist. Aber das ist ja schon wirklich jede Menge. Hier auch gerne mal wieder so eine Rohrleitung reingezogen. Und ein Tank. Meine Güte, ist möglicherweise nicht so 100% realistisch. Aber es passt rein. Also es passt einfach rein. Deswegen verbaue ich es. Das passt schon. Da limitiere ich mich auch nicht auf 100% Realismus. Solange es einigermaßen Sinn ergibt alles, ist das alles wunderbar, so wie es ist. Rechts jetzt im Bild. Das müsste übrigens das Betriebswerk sein, was der Maverick jetzt schon ein paar Mal für die Modvorstellung verwendet hat. Habe ich inzwischen auch nochmal ein bisschen weiter ausgebaut. Und ja, stimmt. Das muss jetzt auch nochmal ganz oben auf die To-Do-Liste das nochmal ein bisschen weiter ausdekorieren. damit er hier einfach nochmal eine neuere Version hat für die Modvorstellungen. Ist ja peinlich sonst. Mensch. So, jetzt sind wir ungefähr auf der Höhe links hier im Bild. Naja, man sieht es nicht. Aber da ist halt diese komische... Diese Autobahnraststelle, die ich mal irgendwann hingebastelt habe. Und da müsste auch ungefähr der Badesee ganz in der Nähe sein, den ich vor langer Zeit mal präsentiert habe. Da machen wir doch einen kleinen Cut an der Stelle. Und weiter geht's. Links im Bild dieses Stellwerk da, falls sich jemand wundert. Das ist auch... Schaut euch einfach, falls ihr das tatsächlich noch nicht hattet, schaut im Adventskalender nach. Da war das drin mit jeder Menge andere coolen Sachen noch dazu. Also alles rund um Bahnanlagen. Da sind einige Neuzugänge dazugekommen. Unter anderem auch wirklich ein richtig schickes, großes Depot-Betriebswerk. Wollte ich jetzt auch noch hier irgendwo reinfummeln. Aber ich habe schlicht keinen Platz mehr. Ich bringe es nicht mehr unter. Und ich habe auch keinen Bock, jetzt wieder irgendein Betriebswerk abzureißen, weil die ja alle schon so weit ausdekoriert sind. Das macht auch keinen Sinn. Deswegen, das muss tatsächlich leider bis zur nächsten Karte warten. Ich kriege da schlicht nicht mehr unter. Aus Platzgründen. Rechts oben, da auf dem Berg, wer sich erinnern kann, das ist diese Art kleines Mini-Heimatmuseum, so nenne ich es mal, was ich da mal vor längerer Zeit auf dem Berg draufgeklebt hatte. Also da sind wir jetzt ungefähr auf der Höhe. Und auf diesem Berg, durch den wir gerade durchfahren, müsste auch dieses Berghotel sein. Ja genau, doch, doch. Das ist ungefähr auf der Höhe. Wir müssten ungefähr drunter sein jetzt. So circa. Könnten wir bei Gelegenheit auch mal wieder vorbeischauen. Hier hat er auch eine Buslinie hin. So. Zurück in Renningen. Und auch aus der Perspektive präsentiert sich doch die Stadt in einem wirklich netten Bild, muss ich sagen. Ich kann mich nur wiederholen, aber das mit der Skyline und das mit den richtigen Wolkenkratzern mal zu arbeiten, das war schon wirklich eine coole Idee. Also danke nochmal an denjenigen, der die Anregung gab. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Ja, da habe ich auch so richtig Bock, also um nochmal ganz kurz das nächste Projekt aufzugreifen, weil ich ja schon gesagt hatte, ich möchte auf jeden Fall so eine richtige Metropole da mit hinzimmern. Und da habe ich so richtig Bock drauf bekommen, wo ich hier angefangen habe, mit den Wolkenkratzern rumzubauen. Sowas dann nochmal in die Tat umzusetzen, hatte ich halt in der Form auch noch nicht so. Also eine richtige Metropole-Region, eben mit auch einer Hochbahn, die da irgendwie durchfährt, mit richtigen Downtown-Vierteln, einem fetten Hauptbahnhof und am liebsten noch einen Kopfbahnhof. Vielleicht so ein bisschen im Stile von Hamburg. Also wer schon mal nach Hamburg gereist ist mit dem Zug, kommt ja normalerweise, kommt man ja, also ich bin ja immer ein bisschen nach Altona durchgefahren mit dem ICE von München aus. Und da kommt man ja irgendwann in den Hauptbahnhof, Durchgangsbahnhof. Dann kommt man Hamburg-Dammtor, glaube ich. Und dann eben ganz zum Schluss nach Hamburg-Altona, das ja dann Kopfbahnhof ist. Und ungefähr so ein Setup spukt mir so ein bisschen im Kopf rum. Also ich glaube, das wäre schon auch wirklich richtig cool. Kopfbahnhöfe, meine Güte, haben halt den Dachteil, dass einfach die Züge immer ihren U-Turn machen dann. Aber da lasse ich halt vielleicht einfach nur Triebfahrzeuge und tatsächlich nur ICE und sowas bis zu dem Kopfbahnhof verkehren. Und lasse die dann die anderen Züge vielleicht vorher schon abzweigen. Also da würde mir irgendwas einfallen. Vielleicht lehne ich das Ganze tatsächlich auch so ein bisschen an die Hamburger Gleisanlagen an. Mal schauen, wie ich das mache. Aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich relativ fest eingeplant schon habe für das nächste Projekt. So, aber das ist Zukunftsmusik. Hier wird es auf jeden Fall noch eine ganze Weile weitergehen. Wir steigen mal wieder aus. Schnappen uns anschließend einfach noch kurz das Camera-Tool. Und betrachten unseren Zug, wie er den Bahnhof wieder verlässt. Ja, und wie man sehen kann, also das wird auch auf jeden Fall nochmal ein cooles Thema hier, diese Stadt dann aufzugreifen. Wenn das alles mal zufriedenstellend alles ausdekoriert und inszeniert ist, dann wird es hier auf jeden Fall auch nochmal eine nette Folge geben, denke ich. Dann mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war euch nicht zu zäh, so eine lange Mitfahrt. Aber ich finde das cool. Wie gesagt, das ist ein bisschen wie Ernte einfahren für mich. Also dann, ja, morgen gibt es höchstwahrscheinlich auch wieder ein bisschen bewegte Bilder. So langsam, aber sicher kehrt ja wieder Normalität auf meinem Kanal ein. Deswegen da einfach mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten sehen wir uns zur Montagsfolge wieder. Schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und lasst euch nicht ärgern. Adieu. Das ist euch gut gehen und lasst 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 euch gut gehen